Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Maklern mit dem O. Immobilien der Volksbank Ermstal-Alp. Der Sonntag beginnt bedeckt bei Werten um 17 Grad. Am Nachmittag erwarten uns Regenblitz und Donner und es wird eine Tageshöchsttemperatur von 21 Grad erreicht. In den Abendstunden klart der Himmel auf. Nachts ist der Himmel erneut bewölkt bei 15 bis 17 Grad. Am Montag bewegt sich das Thermometer zwischen 14 und 24 Grad. Die Sonne ist den ganzen Tag über immer wieder zu sehen, mittags muss mit Regenschau angerechnet werden. Der Dienstag bringt dann überwiegend blauen Himmel und Temperaturwerte zwischen 16 und 24 Grad. Am Abend kann es gebietsweise zu Niederschlag kommen. Zur Wochenmitte präsentiert das Wetter einen Mix aus Sonne, Wolken und Wind, aber es bleibt trocken. Der erwartete Maximalwert liegt erneut bei 24 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Maklern mit dem O. Immobilien der Volksbank Ermstal-Alp.